Unter Eurozentrismus versteht man die ideologische Beurteilung inner- und außereuropäischer Gesellschaften nach europäischen Vorstellungen, demnach auf der Grundlage der von Europäern entwickelten Werte und Normen. Diese Wertvorstellungen, Kategorienbildungen und Überzeugungen nehmen im Eurozentrismus als Maßstab das alleinige Zentrum des Denkens und Handelns ein. In diesem Sinne umfasst der Begriff Eurozentrismus nicht nur das geografische Europa, sondern alle neo-europäischen Staaten in Nordamerika, Südafrika und Australien. Eurozentrisches Denken ist seit der Kolonialzeit vielfach die treibende Kraft für den sozialen und kulturellen Wandel in den meisten menschlichen Gesellschaften der Welt. Manifestationen des Eurozentrismus heute Nach Edward Goldsmith sind die Begriffe Wohlstand, Lebensstandard, Armut, Fortschritt, Wirtschaft, Wachstum oder Kultur heute im Zusammenhang mit der Globalisierung der westlichen Lebensweise im Wesentlichen eurozentrisch geprägt. Wenn man von Ländern der sogenannten Dritten Welt spricht oder wenn Begriffe wie Unterentwicklung, Entwicklungsprozesse und Entwicklungshilfe fallen, wird unbewusst suggeriert, dass sich diese Länder so entwickeln und so werden müssen wie Europa. Lexika, Schulbüchern, den Medien, wissenschaftlichen Theorien etc., liegt oft eine eurozentrische Sichtweise zugrunde. Eurozentrisches Denken erkennt zwar die kulturellen und materiellen Erzeugnisse von Nicht-Europäern an, nicht aber ihre Leistung und ihren Eigenverdienst. Stattdessen wird der Einfluss Europas auf die Erfolge anderer Regionen betont. Geografische Bezeichnungen wie Nah-, Mittlerer- und Ferner-Osten sind von Mitteleuropa aus gesehen gewählt. Die übliche Darstellung der Weltkarte ist in der Mercator-Projektion einer konformen, normalachsigen Zylinderprojektion. Bei der sich die Meridiane und Breitenkreise rechtwinklig schneiden und als Geraden dargestellt werden. Dadurch erschienen Regionen wie Europa, Nordamerika und Nordasien, die weiter vom Äquator entfernt sind, überproportional groß. Als Gegenentwurf entwickelte Arno Peters die Peters-Projektion. Europa wird in aller Regel zentral in der Mitte der Weltkarte dargestellt. Es wurden jedoch auch alternativ ausgerichtete Karten entwickelt. In der Berechnung der Zeitzonen bildet London den Referenzpunkt. Historische Belege Frühe eurozentrische Ausprägungen finden sich unter anderem bereits in alten Enzyklopädien. So schreibt beispielsweise Sedler 1741 zum Lämmer Europa. In der Brockhaus-Enzyklopädie von 1854 heißt es zum Stichwort Europa, Europa sei seiner Definitionsversuche und Meinungen verschiedener Autoren. L.A. Schauhardt und Robert Stamm charakterisieren den eurozentrischen Diskurs als komplex, widersprüchlich und historisch unbeständig. Dementsprechend sind die Quellen, vor allem zur Entstehung des Paradigmas, teilweise uneinig. Dieter Haller definiert Eurozentrismus wie folgt. Europa selbst wird nach Georg Hansen als zivilisiert angesehen, die anderen Weltgegenden dagegen als barbarisch. Als zentrale Merkmale der Zivilisation werden unter anderem die Entstehung städtischer Zentren, Staatenbildung und Universitäten gesehen. Von Eurozentrismus wird gesprochen, wenn sich eine Europäerin oder ein Europäer anderen gegenüber überlegen fühlt. Weil diese Dinge in deren Herkunftsländern, und sei es auch nur vermeintlich, nicht ausgebildet sind. Laut Karl-Heinz Kohl muss Eurozentrismus nicht in allen Fällen zur Bevorzugung der eigenen kulturellen Gewohnheiten führen, sondern auch zum kritischen Infragestellen derselben und unter Umständen zur Idealisierung des Fremden. Samir Amin sieht im Eurozentrismus nicht die Summe der Vorurteile und Fehler der Europäer in Bezug auf andere Völker. Diese Vorurteile sind nach seiner Auffassung nicht stärker als diejenigen, die andere Völker gegenüber den Europäern haben. Amin beschreibt Eurozentrismus als ein kulturelles Phänomen, das von der Existenz unumstößlicher kultureller Konstanten ausgeht, welche die geschichtliche Entwicklung verschiedener Völker beeinflussen. Somit sei Eurozentrismus anti-universalistisch, da er nicht nach möglichen Allgemeingesetzen der menschlichen Evolution suche. Aber er gebe sich als universalistisch aus, da er behaupte, die einzige Lösung der heutigen Probleme sei es, dass alle Völker dem westlichen Modell nacheiferten. Eurozentrismus sei keine Gesellschaftstheorie, sondern eine Verzerrung der Sicht auf die Welt, die der Mehrheit der vorherrschenden Gesellschaftstheorien und Ideologien zugrunde liegt. Es handele sich somit um ein sehr einflussreiches Paradigma, das aus sich selbst heraus funktioniere und sich oft in Grauzonen scheinbar augenscheinlicher Fakten und Allgemeinwissens bewege. Kolja Lindner differenziert am Beispiel von Marx vier Dimensionen des Eurozentrismus. Einen Ethnozentrismus, der die Überlegenheit westlicher Gesellschaften behauptet, einen orientalistischen Blick auf nicht-westliche Weltgegenden. Ein Entwicklungsdenken, das europäische Geschichte als Vorbild für weltweite Entwicklungen universalisiert und eine Unterschlagung nicht-westlicher Geschichte bzw. ihres Einflusses auf die Entwicklung Europas. Annahmen des Eurozentrismus. Aus eurozentrischer Sicht wird Europa als Verbreiter der Demokratie dargestellt und definiert sich selbst über seine besten Errungenschaften und Leistungen in Wissenschaft, Entwicklung und Humanismus. Dabei werden durch einen selektiven Blick auf die Geschichte Gegenbeispiele wie Hitler, Mussolini und Torquemada genauso ignoriert, wie nicht-europäische Beispiele für Demokratie. Eurozentristische Forscher gehen davon aus, dass das Aufkommen der kapitalistischen Moderne allein der Wegbereitung durch die Europäer ohne jegliche Hilfe der Nicht-Europäer anzurechnen ist. Geschichtliche Entwicklung Nach Schau hat und Stamm ist der eurozentristische Diskurs durch einen linearen historischen Verlauf gekennzeichnet, der vom als rein westlich und demokratisch konstruierten klassischen Griechenland über das römische Kaiserreich zu den Metropolen Europas und der USA führt. Immer wird Europa als Motor fortschrittlicher Entwicklungen gesehen. Koch annexiert den Eurozentrismus als Resultat eines langen Prozesses. In seiner Habilitationsschrift untersucht er historisch das Bild des Nordens und die Konzeption des Eurozentrismus und beginnt dabei zeitlich in der Antike, während der Norden im Alten Testaments nach der Konzeption des Nordens gleichzeitig als heilig und als dämonisch dargestellt wird, aber als Zentrum das gelobte Land angesehen wird und in der griechischen und römischen Antike vor allem das Bild von unbesiegbaren Barbaren vorherrscht, wird dieses Bild in der Zeit der Völkerwanderungen von einem theologisch-anthropologischen Christozentrismus ersetzt, in dem der Norden nicht mehr so stark abgegrenzt und weniger negativ gesehen wird. Im Mittelalter entstand das Bild des christlichen Europas mit nur einzelnen nicht-christlichen Regionen. Der christliche Gedanke des Missionsauftrags entstand, in welchem ein europäisches eurozentristisches Selbstverständnis zum Ausdruck kommt. Somit ist der Eurozentrismus stark vom Christozentrismus beeinflusst. Blaut bezeichnet Eurozentrismus als das Weltbild der Kolonisatoren. Auch nach Schohat und Stamm entstand Eurozentrismus zunächst als diskursive Grundlage des Kolonialismus, durch den die europäischen Mächte die Hegemonie in weiten Teilen der Welt erlangten. Amin bezeichnet den Eurozentrismus als ein spezifisches Phänomen der Moderne, dessen Wurzeln zwar bis in die Renaissance reichen, dessen Blütezeit aber im 19. Jahrhundert war. Somit kann es als eine Dimension der Kultur und Ideologie der modernen kapitalistischen Welt betrachtet werden. Die Unterdrückung durch den Westen in der Geschichte, wie Kolonialismus, Sklaverei und Imperialismus, wird aus eurozentrischer Sicht bisweilen als Ausnahme unversehen dargestellt und somit wird ihre Rolle bei der Machtgewinnung des Westens heruntergespielt. Eurozentrismus in den Sozialwissenschaften Die europäische intellektuelle Tradition der Sozialwissenschaften ist heute die dominierende, wenn nicht gar einzige, die an den Universitäten gelehrt wird. Sie wird somit als Standard gesetzt und andere Traditionen werden dabei vernachlässigt. Obwohl in der Soziologie davon ausgegangen wird, dass man sein eigenes Selbst und somit auch die eigene Gesellschaft nur durch die Betrachtung von außen gänzlich verstehen kann, wird dies in der Wissenschaftspraxis kaum reflektiert. Auch wenn Sozialwissenschaftler eine gesamtgesellschaftliche Analyse in ihre Forschung einbeziehen, sie taugt die Gefahr einer eurozentristischen Sichtweise. Denn oft wird dann bei der Beschreibung des Westens oder der Moderne eine Abgrenzung zu etwas oder jemand anderem vorgenommen. Häufig wird über diesen anderen aber nicht tiefgründig geforscht. Stattdessen wird die eigene Gesellschaft dargestellt und das Gegenteil wird auf die anderen projiziert. In einigen Theorien und Veröffentlichungen wird zwischen den verschiedenen anderen gar nicht weiter differenziert. Wie beispielsweise in der Modernisierungstheorie, wo die Moderne mit den traditionellen Gesellschaften in Kontrast gesetzt wird, welche nicht weiter voneinander unterschieden werden. Und auch wenn weiter differenziert wird, bedeutet das nicht unbedingt eine tiefgehende historische Prüfung der Darstellungen der anderen. Weiterhin sieht Haug es als problematisch an, dass die eigenen gesellschaftlichen Verhältnisse naturalisiert werden, was vor allem ökonomischen Theorien oft zugrunde liegt. Eurozentrismus findet sich auch in einigen Evolutionstheorien. Dabei handelt es sich um Theorien, die davon ausgehen, dass der gegenwärtige Zustand der eigenen Gesellschaft Maß und Ziel der anderen Gesellschaften ist. Es wird von einer kumulativen Entwicklung ausgegangen, wobei die eigene Gesellschaft stets die von allen Gesellschaften am höchsten entwickelte ist. Die größten Nährboden für Eurozentrismus sieht Haug im Naturalismus, also dann, wenn die soziale Realität als selbstverständliche Gegebenheit angesehen wird. Dadurch werden Intersubjektivität, Interaktion, Interkommunikation und Sprache als gegeben angesehen und nicht hinterfragt. In den Sozialwissenschaften kann das zur Konsequenz haben, dass man eine Handlung beurteilt, ohne die Bedeutung, den Sinn für die handelnde Person zu hinterfragen. Handlungen werden also mit dem eigenen kulturellen Hintergrund interpretiert, was das Risiko birgt, dass die Bedeutungen, die andere Kulturen Handlungen zuschreiben, nicht ausreichend verstanden und fehlinterpretiert werden. Haug kommt nach näherem Betrachten der Theorien von Comte, Mill, Pareto und Durkheim zu dem Schluss, dass aller soziologischer Positivismus Naturalismus und somit sehr anfällig für eine unreflektierte eurozentristische Sichtweise ist. Kritik am Eurozentrismus Eurozentristisches Denken wird vielfach kritisiert. Moderne Anhänger des Konzepts relativieren es gern als eine Variante des Ethnozentrismus, der bei allen menschlichen Gesellschaften zu beobachten sei, beispielsweise im Selbstbild des chinesischen Kaiserreichs als Reich der Mitte, das sich als überlegener Mittelpunkt der Welt betrachtet und auf die umgebenden, barparischen Völker herabgesehen habe. Dabei entfallen allerdings einige konstitutive Merkmale des Eurozentrismus. Dagegen hat beispielsweise James M. Blaut die geistig produktive Sphäre der globalen Führungsgesellschaften mit ethnografischen Mitteln untersucht und so die europäische Weltsicht als qualitativ mehr als Justine A. Ethnozentrism kenntlich gemacht, nämlich als das aus Expansion und Herrschaftsanspruch erwachsene Colonizers Model of the World. Charakteristisch ist allerdings auch bei Blaut die Veräußerung von Irrationalität, Passivität oder Stagnation ans nicht-europäische Outside. Der ägyptische Ökonom Samir Amin hat sich einer umfassenden und grundlegenden Kritik des Eurozentrismus gewidmet. Er betrachtet Eurozentrismus als einen modernen Mythos, der im Wesentlichen anti-universal und herrschaftssichernd motiviert ist. Dabei wird die Rekonstruktion der Geschichte Europas und der Welt im Kontext der ideologischer Konstruktionen des Kapitalismus legitimiert und als vermeintlicher Universal Parasalismus dargestellt. Schohart und Stamm setzen sich für einen anti-eurozentristischen Multikulturismus ein. In Antinking Eurozentrism untersuchen sie, welche Rolle die Medien bei der Reproduktion des Eurozentrismus spielen, aber auch, wie diese genutzt werden können, um dem Eurozentrismus entgegenzuwirken. Vor allem von afrikanischen, asiatischen und islamischen Autoren wird der Vorwurf des Eurozentrismus der Menschenrechte erhoben, die nicht den Traditionen aller Kulturen entsprechen. Tatsächlich sind die Menschenrechte zuerst in Europa und Nordamerika als Mittel zur Macht- und Herrschaftsbegrenzung entwickelt worden und demnach eurozentrisch. Laut dem Sozialwissenschaftler Dieter Senghas wurden die Menschenrechte jedoch offensichtlich nicht in die ursprünglichen Kulturgenäuropas eingepflanzt. Denn der überwiegende Teil europäischer Geschichte zeige keinerlei Sympathien für das, wofür die Menschenrechte stehen würden. Die Kritik am Eurozentrismus, vor allem was die Universalität der Menschenrechte betrifft, ist ebenfalls einwenden ausgesetzt, deren Vertreter sie als Kulturrelativismus ablehnen. Verwandte Begriffe und Abgrenzungen Ethnozentrismus Eurozentrismus ist eine spezielle Form des Ethnozentrismus. Von Ethnozentrismus spricht man, wenn das Verhalten anderer aus den Traditionen und Werten der eigenen kulturellen Realität heraus interpretiert wird. Dabei wird unbewusst die eigene Gruppe durch Zuschreibung positiver und negativer Eigenschaften von den anderen abgegrenzt. Die eigene Kultur wird meist wie selbstverständlich als besser empfunden. Eurozentrismus ist in diesem Sinne kein gewöhnlicher Ethnozentrismus. Die als eigenempfundene Gruppe umfasst in diesem Fall nicht eine bestimmte Kultur, sondern viele verschiedene Kulturen unterschiedlichster Herkunft, die sich mit der europäischen Kultur identifizieren. Diese ist durch die christliche Religion geprägt, deren Mischensgedanke vielen anderen Kulturen fremd ist, sowie durch den Kapitalismus. Die Kolonialisierung der Welt und das große Interesse, andere Kulturen von der Richtigkeit der eigenen Ideologien zu überzeugen, sind vor allem europäische Phänomene. Gerhard Haug betont, dass beim Eurozentrismus in Abgrenzung von anderen Formen des Ethnozentrismus neben dem Glauben an die Überlegenheit der eigenen Lebensform, diese Überlegenheit zudem als wissenschaftlich begründet angesehen wird und sich zudem der Wille und die Machtmittel entwickelt haben. Die ganze Welt nicht nur zu unterwerfen, sondern nach seinem Bilde zu fungen. Aus ethnologischer Sicht ist Eurozentrismus als integraler Bestandteil der westlichen Kultur anzusehen. Eurozentrismus ist auch mit Nationalismus vergleichbar, der die eigene Nation ins Zentrum stellt. Im Falle Deutschlands spricht man von Teutozentrismus. Eurozentrismus ist nicht zu verwechseln mit Rassismus. Es ist durchaus möglich, antirassistisch eingestellt zu sein und dennoch eine eurozentrische Sichtweise innezuhaben.